Hallo zusammen, im heutigen Video will ich euch einen Impuls geben, wie ihr die generative Füllung in Photoshop nutzen könnt, um zum Beispiel daraus eine Pinselspitze zu erzeugen. Wir erzeugen hier eine Pinselspitze, mit der wir so ein bisschen Sand simulieren, der da aufgewirbelt wird. Ich hätte gerne da ein bisschen mehr Drama, ein bisschen mehr Sand im Spiel. Zuerst einmal erstelle ich ein neues Dokument, und zwar 1024x1024, also eigentlich die Auflösung, die Grösse, auf die die generative Füllung von Photoshop momentan optimiert ist. Das ist ein Quadrat in dieser Auflösung. Alles, was diese Auflösung überschreitet, in der Breite oder in der Höhe, wird dann letzten Endes verzerrt, von der Auflösung her dann auch eher zu gering dargestellt. Ja, ist ein anderes Thema. Ich klicke jetzt einfach mal auf Erstellen, werde hier die Hintergrundebene rausnehmen, also das Schloss hier rausnehmen. Ich habe festgestellt, dass die generative Füllung besser arbeitet, teilweise ohne Schloss, wieso auch immer. Wähle dann mit Command-A alles aus, und am liebsten würde ich jetzt hier eingeben, zum Beispiel Smoke. Aber Smoke führt zu einer Fehlermeldung, scheint hier nicht erlaubt zu sein. Ja, ich kann mir in etwa vorstellen, wieso, ja, aber ob Verbieten das Richtige ist, weiss ich jetzt nicht. Das habe ich noch versucht, also Staub, aber sieht schrecklich aus, und letzten Endes bin ich dann gelandet bei, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, einfach, round, soft, cloud, eine runde, weiche Wolke. Aus so einer wolkigen Füllung können wir durchaus etwas zaubern, das aussieht wie Staub. Okay, das hier ist ein schlechtes Resultat, ich werde da immer gleich kurz Feedback geben, das ist grässlich. Das ist das Schlechteste, was ich jetzt beim Spielen jemals gehabt habe, hier. Ich versuche es nochmal. Am liebsten hätte ich etwas, das hier nicht begrenzt ist, das vorher schon fertig ist, würde aber auch so gehen. Okay, sagen wir einfach mal Cloud. Gut, will ich jetzt trotzdem noch testen, generieren, weil das ist ebenfalls so für mich nicht wirklich brauchbar, denke ich. Ja, wir kommen da langsam näher, geben wir noch eine Chance und dann nehmen wir einfach das Beste, was wir kriegen können, damit das Video nicht endlos lang wird. Gut, okay, ja, was soll ich jetzt sagen, wir nehmen das. Okay, wir nehmen das, ich werde hier kurz mit Command-Shift-E alles auf die Hintergrundebene reduzieren. Dann mit Command-Shift-U mache ich alles schwarz-weiss. Ich könnte natürlich auch eine schwarz-weiss Anpassungsebene erstellen und könnte hier vielleicht schon versuchen, einen guten Kontrast zu gewährleisten. Hier, ja, können wir machen. Dann entsättige ich trotzdem noch und werde mit einer Tonwertkorrektur hier wirklich schauen, dass der Hintergrund schön schwarz ist. Dann hole ich, Entschuldigung, hole ich mir noch kurz einen Pinsel. Ich setze den mal, Entschuldigung, ich setze den mal auf weiches Licht. Und werde jetzt hier versuchen, die Kanten hier noch ein bisschen mit schwarz abzusoften hier. Einfach damit wir hier eine schöne, weiche, weich auslaufende Kante haben. Und da können wir ruhig auch noch etwas so Transparenz ins Spiel reinbringen. So, ich denke, das passt. Anschliessend werde ich mit Command-I das Ganze invertieren und werde jetzt sagen, bearbeiten, Pinselvorgabe festlegen. Und ich sage dem mal Wolken oder Wolke 2. So, und ich habe jetzt hier in den Pinselvorgaben, hier habe ich jetzt Wolke 1 und Wolke 2, die ich hier gemacht habe. Und jetzt können wir im Prinzip das Dokument schliessen. Und ich gehe mal in der Ebenenpalette von diesem Dokument eine neue Ebene erstellen, nennen wir die mal Stau. und ich setze die jetzt schon mal auf negativ multiplizieren. Und jetzt wähle ich in der Pinselpalette, also hier, wähle ich als Pinselform meine Wolke 2 aus. Das wäre die hier, Wolke 2. Ich werde hier mal den Abstand etwas grösser machen, sagen wir so. Dann gehe ich in die Form-Eigenschaften und mit dem grössen Chitter werde ich jetzt dafür sorgen, dass die Wolken unterschiedlich gross sind. Hier, seht ihr, je nachdem wie ich hier mit der Maus fahre, werden die Wolken unterschiedlich gross. Einen Mindestdurchmesser habe ich nicht, aber ich will die auch im Winkel. Will ich die unterschiedlich haben, dass die gedreht sind. Auch in der Rundheit können wir hier ein bisschen spielen, dass die nicht alle genau gleich sind. Mindestrundheit brauche ich im Prinzip nicht. Dann will ich hier eine Streuung haben und ich will eine Anzahl haben und auch eine Anzahl Chitter. Mit Chitter ist immer gemeint Zufall. Es variiert. Hier, seht ihr, es wird variiert. Und dann können wir hier vielleicht noch sagen, ja, mal kurz schauen. Ja, das passt schon so. Vielleicht sage ich hier noch Verblassen. Ah, ich lasse es mal stehen. Sag Aus. Struktur brauche ich nicht. Dualer Pinsel brauche ich nicht. Farbeinstellungen können wir eigentlich so auch belassen. Einen Deckkraft-Chitter, ja, will ich haben unbedingt. Das soll in der Deckkraft variieren. Und das soll verblassen. Und auch einen Fluss-Chitter will ich haben. Der verblasst. So sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Vielleicht bei der Streuung. Hier bei der Anzahl gehe ich noch etwas hoch. Und bei der Pinselform werde ich den Abstand hier noch etwas rausnehmen. Ja, jetzt sieht das ein bisschen mehr nach Wolken aus. Okay. Ich gehe noch mal in die Form-Eigenschaften und beim Rundheit-Chitter gehe ich da noch mehr rauf. So. Jetzt bin ich hier auf meiner Ebene. Negativ multiplizieren. Ich stelle den Pinsel selber auf Normal. Und die Deckkraft des Pinsels habe ich jetzt im Moment mal auf 50. Ich denke 100. Dann müsste ich dann einfach die ebene Deckkraft zurücknehmen. Ich gehe mal. Wir können ja auf 100 bleiben. Oder sagen wir auf 70. Und den Fluss stelle ich jetzt mal auf 50. Und jetzt habe ich natürlich hier eine viel zu grosse Spitze. Ich werde jetzt die Spitze viel kleiner machen. Aber noch kleiner. Und werde jetzt hier, seht ihr hier, versuchen, so ein bisschen Rauch oder Staub hinzuzufügen. Das zeigen wir nachher noch weich. Ich mache die Spitze noch kleiner. Vielleicht den Fluss noch geringer. Sagen wir 30%. Und werde auch hier noch so ein bisschen Staub hinzufügen. So. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir hier spielen können. Ich mache zum Beispiel mal eine neue Gruppe. Nenne die mal Staub. Erstelle mir innerhalb dieser Gruppe in den Korrekturen eine Farbton-Sättigung-Anpassungsebene. Das stelle ich mit Command-Alt-G eine Schnittmaske her. Und wenn ich hier klicke auf Färben, werde ich jetzt hier diesen Staub einfärben. Hier. Mit so einer Farbe, die so ein bisschen gelblich-beige ist. So halt wie der Sand hier im Hintergrund ist. Wichtig ist, ich darf es nicht zu hell machen. Sonst wird das unnatürlich. Ich mache das eher etwas dunkler, seht ihr. Und so sieht das dann eher aus wie eine natürliche Verlängerung des Ganzen. Und witzig ist jetzt, wir können im Prinzip auch eine neue Ebene erstellen. Die können wir von mir aus ebenfalls, ich setze die mal hier oben an, die können wir ebenfalls auf Negativ-Multiplizieren stellen. Und wir könnten jetzt zum Beispiel auch die Pinselspitze riesengroß machen. Und könnten hier zum Beispiel zusätzlich Rauch oder Staub reinbringen und die Deckkraft zurücknehmen. Oder mit Blend-If hier reingehen. Und zum Beispiel sagen, wir wollen hier den Hintergrund wieder ein bisschen zum Vorschein bringen lassen. Und das vielleicht nur so beschränken, dass da noch ein bisschen Rauch in der Gegend ist. Das können wir dann auch weichzeichnen mit Filter. Gehen wir einfach in den Gauschen, weichzeichnen oder so. Für den jetzt im Hintergrund. Und jetzt könnten wir zum Beispiel einfach hier das Ganze etwas weichzeichnen. Einfach damit die ganze Umgebung meinetwegen so ein bisschen im Staub liegt. So, das wäre ohne, das wäre mit. Das können wir dann im Prinzip auch mit Command-T noch so ein bisschen skalieren oder verziehen. Man merkt das jetzt nicht gross, aber ohne und mit einfach, ja. Können wir spielen, können wir machen, können wir nicht machen. Oder wir setzen es aufeinander, kopieren weiches Licht. Ich lasse das mal so stehen. Was wir jetzt hier unten noch machen können, ist, ja wir können extrem viel tun. Wir können zum Beispiel hingehen, ich frage mich jetzt, will ich ein Smart-Objekt haben oder nicht. Ja, ich mache mal ein Smart-Objekt. Und jetzt hätten wir zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, Filter, Weichzeichner, Galerie, Pfadweichzeichnen. Und jetzt setze ich hier den Pfad hier unten an und bewege den hier hin. Ich mache da vielleicht noch so eine leichte Kurve rein. So, und jetzt können wir hier so eine leichte Bewegungsunschärfe mitgeben. Das können wir jetzt hier steuern, wie stark wir das angeben wollen. So, einfach damit der da schon ein bisschen vom Winde verweht ist, sage ich jetzt mal. Er war mir zuvor fast ein bisschen zu hart. Ebenfalls könnte ich mir vorstellen, mit Command-T das Ganze noch ein bisschen zu verzerren hier. Also Command-T drücken, dann hier oben rein. Und vielleicht hier diesen Rauch noch etwas mehr zu verzerren. Da vielleicht noch eher ein bisschen so ans Auto heranzudrücken. So, wenn ich Enter drücke, erst dann wird die Pfadweichzeichnung hier wieder reingerechnet. So, und jetzt kommt so ein bisschen der Joker, was ganz cool ausschaut, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Ebenenmaske uns erstellen, hier von diesem Rauch. Und die Ebenenmaske, Achtung, das wird jetzt ganz cool, die Ebenenmaske über Filter. Und jetzt ist es, glaube ich, ein Stilisierungsfilter, muss ich kurz schauen. Ich brauche den Renderfilter, genau. Wolken. Nicht die Differenzwolken, sondern Wolken. Wir setzen jetzt hier nur Wolken in die Maske rein. Seht ihr? Das wäre ohne die Wolken. Jetzt sieht es noch fast so ein bisschen synthetisch aus. Und das wäre mit. Ich finde das cool. Wir haben Wolken in der Maske. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Command L drücke, dann kann ich diese Wolken in der Maske im Kontrast stärker machen, wenn ihr wollt. Zum Beispiel hier, um das Ganze noch ein bisschen unregelmässig zu machen. Klicke auf OK und weil der Hund bellt, höre ich jetzt hier mit dem Tutorial auf. Aber ich denke, ihr seht, auf was ich raus will. Und die Basis war generative Füllung. Cool, oder?